Hallo, du wunderbare Mama. Willkommen bei der kleinen Pille bei gefühlter Überforderung. Die Anwendungsgebiete dieser kleinen Pille sind das akute und chronische Auftreten von Überforderung in einem anspruchsvollen Alltag. Es ist für die Situation, an denen die Mamas denken, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich schaffe das alles nicht und Lust darauf habe ich auch nicht. Diese Überforderung geht einher mit Dauerstress und einem Gefühl des Versagens, klein oder groß, also ich schaffe das nicht. Daraus folgt so innere Zerrissenheit, das Gefühl, die ganzen Bälle, für die man als Mama zuständig ist, nicht mehr in der Luft halten zu können, Bälle zu verlieren, Bälle nicht mehr im Blick zu haben. Und die Überforderung führt nach je nach Person und Persönlichkeit zu Frust, zu Wut, Ärger, Traurigkeit oder auch Verzweiflung. Dafür ist diese Wille da. Die Nebenwirkung dieser kurzen geführten Meditation ist das Erkennen, dass das, was man gerade tut, schon sehr, sehr viel ist und es oft gar nicht nötig ist, noch mehr zu tun. Es wird ein Bewusstsein geschaffen dafür, dass die häufigste Ursache einer gefühlten Überforderung ist, den eigenen Ansprüchen an sich selbst nicht gerecht zu werden. Die Ursache ist oft der eigene Perfektionismus und die Angst, etwas nicht zu schaffen und damit in der Rolle als Mama, als Partnerin, als Arbeitnehmerin oder Selbstständige zu versagen. Und allein dieses Bewusstsein schafft schon den ersten großen Schritt raus aus der Überforderung und rein in eine Gelassenheit, die mit dieser kleinen Pille entstehen wird. So viel Spaß beim Hören.